Am 2. Januar habe ich mich im Urlaub spontan entschieden, als Bürgermeisterin zu kandidieren. Mein einzigster Gedanke war damals, Bammtal hat es verdient, eine Wahl zu haben. Danach habe ich mich gefühlt 1000 Mal mir die Frage gestellt, warum soll Bammtal mich als Bürgermeisterin wählen? Mir ist dazu absolut keine politische Antwort eingefallen. Die Bürger haben für mich im Wahlkampf diese Frage beantwortet. Sie haben den Mut, Sie können es, Sie sind authentisch, Sie betreiben keinen Klüngel, Sie sind offen und ich vertraue Ihnen. Was soll ich noch dazu sagen? Daumen hoch für Bammtal und Daumen hoch für diese tollen Mitmenschen.